Hallo, herzlich willkommen hier wieder mal wieder bei mir. Ich bin's, euer Roland. Und heute wollte ich euch mal eine kleine Geschichte erzählen. Oh, nenn da mal. Das ist ja heute wohl meine Aufgabe, oder? Hä? Wer bist du? Na, so blöd kann man ja wohl nicht sein, oder? Sieg's doch, ich bin der Roland. Was? Wer? Ja, der Roland bin ja wohl immer noch ich. Nee, 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 nee. Der echte und einzige Roland bin ja wohl ich. Und das sieht man ja wohl auch. Also sowas, das dürfte doch nicht wahr sein. So ein Depp bist, ein Kreislicher. Schau mal, wie kreislich du ausschaust überhaupt. Na, hör mal. Ne, Schönheit bist du auch nicht. Und der wahre Roland bin ich. Moment mal, seid ihr nicht beide, Roland? Habt ihr nicht einfach etwas vergessen? Eure Elikamente? Ja, stimmt. Da haben wir doch was von Spastofarren. Schizoprofen Schizoprofen von Spastofarren Damit sich ihre gespaltenen Persönlichkeiten nicht immer streiten. Schizoprofen von Spastofarren Schon seit Jahren in den großen Psychiatrien dieser Welt in Gebrauch. Nun auch für sie zu Hause anwendbar. Wegen der riesigen Nebenwirkungen essen sie die Backungsbeilage und verarzten sie in den Apotheken. Schizoprofen Schizoprofen Schizoprofen